Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Rohstoff- und Devisenradar heute mal wieder, wobei natürlich hier heute Gold und Silber im Fokus stehen, die ja auch am internationalen Spotmarkt, im Interbankenmarkt sozusagen gehandelt werden. Insofern zählt ja auch Gold als älteste Währung der Welt mehr oder weniger auch zum Spotmarkt, Forexmarkt als solches. Auch hier interessant und immer wieder erwähnenswert, dass wir ja die Symbole Xau und Xack US-Dollar, also wie so eine Währungspareinheit praktisch hier bei uns bei JFD Brokers anbieten. Und den Tipp kann man immer nur geben, dass sie hier auch mal prüfen, ob sie wirklich den realen Gold- und Silberspotpreis handeln, wenn sie es denn tun. Den Tipp gleich mal vorweg. Ansonsten ist natürlich die Situation die, je nachdem wie man hier positioniert ist, hat man einen Grinsen auf dem Gesicht oder eben auch nicht. Die aktuelle Handelswoche war wieder für die Edelmetalle ein schweres Unterfangen. Wir wollen uns das gleich mal ganz kurz im Silberschart anschauen. Wir hatten hier zum Beispiel auch unlängst am Dienstag und gestern eben ein Update gefahren zu Silber und der entsprechenden Flacke, die sich hier wie gesagt schon seit Wochenbeginn sehr, sehr schön darstellt. Die Wiederbestandsbereiche hier 17,15 und dann eben auch hier natürlich die Intention, und dass der Markt hier weiter fallen sollte. Aktueller Silberschart sieht jetzt wie folgt aus. Gestern gab es mit der groben Kelle. Also im Prinzip haben wir hier während eines Handelstages die Tiefs vom Sommer erreicht. Und Sie sehen hier diese Aufwärtsbewegung vom Juni, dieser Impuls. Der hat jetzt hier während der nachfolgenden Monate, Juli, August, September, Oktober, November bis in den Dezember hinein hier komplett an seiner Strahlkraft verloren. Und ja, die Niveaus sind wieder die gleichen wie im Juni. Und rein technisch lässt sich aber durchaus auch weiteres Abwärtspotenzial hier erschließen. Zum einen eben diese Supportzone bei 15,65. Das war praktisch ein Triggerlevel aus der Analyse. Als erstes Preisziel nach unten. Aber wenn man hier die Flackenformation sozusagen abträgt, dann muss man auch sagen, werden hier Preise von 14,30 etwa auch noch möglich auf der Südseite. Und das ist natürlich keineswegs positiv für das Edelmetall. Also Tatsache ist, wir sehen heute eine aktuelle Gegenbewegung. Aber so recht dynamisch kommt mir das alles nicht vor. Und es hat immer noch den Charme, als würde der Boden gesucht werden. Also beim Silber stehen die Preisziele auf der Südseite fest. Obgleich hier die Saisonalität in eine ganz andere Richtung bläst. Aber ihr wisst, der Preisschart ist hier das Maßgebliche. Ist die Saisonalität hier im Einklang, dann hat man durchaus eine noch erhöhtere Wahrscheinlichkeit, hier auf der richtigen Seite zu stehen. Jetzt aber aktuell, trotz der positiven Saisonalität, muss Silber schartechnisch, preistechnisch erstmal einen Boden ausbilden. Der könnte sich hier durchaus zwischen 15,65 und 15,95, 16 Dollar je Unze hier durchaus finden. Wie gesagt, das erste Korrekturziel ist dies. Rein von der Flackenformation her müsste es aber auch oder könnte es auch durchaus noch tiefer gehen. Und das wäre insbesondere unter 15,50 der Fall. Da kann man hier durchaus nochmal einen Dollar auf der Südseite abtragen. Und dann wäre die Flackenformation im Prinzip auch vollzogen. Das muss allerdings rein technisch gesehen auch ähnlich straff vollziehen, die Abwärtsbewegung. Also sollte Silber jetzt hier die nächsten Tage hier seitwärts pendeln, im Sinne der Saisonalität auch keinen Abwärtsdruck mehr entfalten, dann muss man ganz klar sagen, dann hat sich hier dieses Flackenkonzept erledigt. Und dann war das hier ein schöner Ausbruchsimpuls. Aber grundsätzlich abwarten, wie es weitergeht. Hier oben auf der Südseite Silber erst wieder interessant, Südseite auf der Nordseite erst wieder interessant, wenn wir hier über 17,15, 17,25 rausziehen. Dann wäre hier Erholungspotenzial bis zur Abwärtstrendlinie, die hier mehrfach bestätigt wurde, gegeben. Und dann muss man eben schauen, was hier im Bereich zwischen 18,30 und 18,50 Dollar passiert. Also Silber, wie gesagt, hier in der Schieflage. Der Goldpreis. Gehen wir mal kurz in den Tagesschart. Wir hatten auch hier den Goldpreis unlängst schon mal im Fokus. Auch vor dem Hintergrund, dass wir hier mit der Marke von 1,150 Dollar durchaus kämpfen könnten. Das hier in der Annahme einer letzten Analyse. Jawohl, es sollte runtergehen. Und interessanterweise sind wir auch hier in diesem, das ist schon ein Abwärtstrendkanal von seiner Länge her. Idealerweise, schaut euch das an, wie der Preis sich hier in diesem engen, wirklich engen Preiskanal hier seitwärts, seitwärts sage ich schon, seitwärts abwärts, schlängelt hier nach unten. Und ja, wir sind im Prinzip zu tief gefallen. Also wir müssten heute beim Goldpreis schon noch eine richtig satte Erholung sehen, damit wir hier über die 1.150 rausgehen und selbst dann wären wir praktisch auch nur an dieser oberen Trendlinie und dann muss der Preis auch erstmal weiter darüber hinaus schnippen, um hier wirklich Erfolg auf der Oberseite zu generieren. Aufgrund des starken Abwärtsdrucks und der Tatsache, dass der Goldpreis hier schon, jetzt gehen wir mal kurz in den Wochenschart, der Goldpreis praktisch hier schon seit Wochen im Prinzip nach unten kippt, um genau zu sein, das ist die aktuelle sechste Handelswoche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exakt. Dann ist das Bild sehr, sehr kritisch und das ist sehr, sehr unschön. Sehen Sie es auch im blauen Tendenzfall tendenziell. Wir haben hier diese Abwärtstrendlinie aus 2013, die hier mehrfach Widerstand war, dann mit Ausbruch und Pullback hier bestätigt wurde. Dann praktisch hier eigentlich auch eine bullische Flagge auf der Oberseite, die nicht getriggert wurde, weil der Goldpreis eben nicht nach oben ausbrach. Vielmehr ging es nach unten. Und jetzt haben wir diese Abwärtstrendlinie wieder unterschritten. Auch insbesondere das Level 1.165 Dollar und 1.150, 1.165 ist hier ein Key-Level, wo der Goldpreis hätte stoppen sollen, stoppen müssen. Hat er nicht gemacht. Wir sehen, wie er durchgekippt ist. Da müsste es heute schon eine satte Erholung geben, damit wir hier ein Stück weit Porzellan wieder kitten können. Grundsätzlich sieht das jetzt hier eher so aus, als wäre das ein mögliches Pullback-Ware-Level. Wenn Gold hier wieder in diese Region läuft und nicht nachhaltig drüber ansteigen kann, sozusagen das Schwäche-Signal relativiert, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier durchaus noch tiefere Preise sehen. Ob das nochmal hier zu den Tiefs zum Ende des Jahres 2015 geht, bleibt mal abzuworten. Zumindest hat der Goldpreis durch die gegenwärtige Schwächephase den Aufwärtsimpuls seit Anfang 2016 nahezu komplett relativiert. Wir haben hier auch das 61er Fibonacci-Level unterschritten. Das ist sehr bärisch. Saisonal, wie gesagt, der Goldpreis auch eigentlich in einem bullischen Fahrwasser. Hier sehen Sie auch Xack, US-Dollar Silber, jetzt Xau. Sehr, sehr positiv eigentlich, rein tendenziell. Aber das bringt alles nichts, wenn der Chart bzw. die Preisniveaus, die Preis-Levels das nicht hergeben. Und wir haben jetzt hier aus dem einen dicken Unterstützungslevel jetzt hier einen Widerstand formiert. Und Gold wäre erst wieder oberhalb von 1.167 bullisch zu sehen. Dann könnte man mutmaßen, dass der Goldpreis auch im Sinne der bevorstehenden bullischen Saisonalität hier wieder auftritt. Das aber, wie gesagt, scheint gegenwärtig kaum möglich. Obwohl wir eben nach sechs Verlustwochen durchaus auch mal das Potenzial haben, hier eine anständige Erholungsbewegung zu sehen. Ob die aber, wie gesagt, über 1.169, 1.170 rausreicht, das bleibt mal abzuwarten. Und tendenziell scheint sich der Fall jedenfalls Gensüten zu widmen. Und jetzt können wir das mal mit dem Tendenzfall ein Stück weit so skizzieren. Also, dass es hier in Richtung 1.100 durchaus noch gehen könnte. Auch von dem Hintergrund, dass Silber ja auch noch Luft nach unten hat, scheint es so, als würden die Edelmetalle hier erst mal noch ihren Boden finden müssen. Und das spricht tendenziell dafür, dass es durchaus auch in der kommenden Woche noch mal neue Tiefs geben kann. Ja, der Leitzinsentscheidende in den USA, auch die Trump-Wahl und dergleichen, haben hier das Gold mehr oder weniger sehr, sehr negativ beeinflusst. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie die Misere hier gelöst wird. Technisch jedenfalls Gold im ersten Halbjahr, sprich insbesondere ab Anfang 2016, enorm gut gelaufen. Also wirklich hier praktisch die Renaissance eingeleitet. Und jetzt aber hier mit dieser gescheiterten Flacke auf Wochenbasis, mit diesem Ausbruch nach unten hier im Oktober, hat sich das charttechnische Bild hier innerhalb weniger Wochen komplett gedreht. Und ja, wenn der Goldpreis jetzt hier nicht signifikant wieder nach oben dreht, dann müssen wir erst mal sehen, wie die Bodenbildung hier in diesem Bereich aussieht. Und ob es nicht vielleicht sogar dann doch noch mal von den Marktteilnehmern ja häufig zuvor erwartete Marke von 1.000 Dollar je Unse geht. Also vierstelliger Bereich ist nicht ganz vom Tisch, aber man muss das auch wieder im Kontext dessen sehen, dass der Goldpreis ja übergeordnet in einem großen Aufwärtstrend steckt. Und da lässt sich auch nicht dran rütteln. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Goldpreis in einem Big Picture Chart anschauen, und den werde ich Ihnen jetzt gleich mal rüberziehen, damit wir uns hier mal ein Bild davon machen, dass der Goldpreis praktisch natürlich im Korrekturmodus ist und möglicherweise auch die 1.100 Dollar, die 1.000 Dollar Marke sozusagen touchiert, ist es dennoch so, dass natürlich der Markt selber, so, da holen wir es uns mal rüber, haben wir den Goldpreisverlauf hier auf Monatsbasis. Seit der Jahrtausendwende ging es hier eben los, über 650 Prozent gestiegen. Und jetzt sind wir hier in einem Korrekturmodus, ja, wenn wir das mal hier sichtbar machen, Fibonacci technisch gesehen, haben wir hier noch nichts Großes an Porzellan zerbrochen. Und hier ist die 1.000 Dollar Marke je Unze. Davor haben wir hier das Support Level bei 1.030. Also hier, wenn es denn dazu kommen sollte, wäre es wie gesagt spannend, wie das Ganze dann ausgeht, wenn wir hier diesen vierstelligen Bereich touchieren und drohen, in den dreistelligen Bereich abzukippen, vielleicht dann hier auch an der Zeit den Turnaround einzuleiten. Grundsätzlich auch Euro, US-Dollar. Ihr wisst es, die Parität steht bevor. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird. Und im Zuge dessen auch der Goldpreis noch mit Luft nach unten. Dann aber auch hier die Einschätzung, ja, dass es eine Überraschung auf der Oberseite geben könnte im Sinne des Harmony-Patterns. Sprich, wenn die Parität kommt oder Gold dann auch hier im Bereich 1.000 Dollar notiert, die Unkenrufe dessen, dass alles untergeht. Aber jetzt habe ich gesagt, der Euro keine Chance mehr hätte, der Goldpreis auch zu vernachlässigen. Wäre dann vielleicht der richtige Zeitpunkt, hier nochmal den Einstieg zu suchen. Denn grundsätzlich befinden wir uns beim Goldpreis hier im übergeordneten Bild in einer Korrekturphase, die hier noch, ja, durchaus im normalen Bereich sich befindet und auch keinesfalls dramatisch anzusehen ist. Insofern könnten nochmal Rücksätze hier durchaus Chancen auf der Einstiegsseite darbieten. Warten wir ab, was passiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal ein angenehmes Wochenende, meine lieben Zuschauer. Ja, erholen Sie sich gut. Nächste Woche dann praktisch so langsam der Jahresauslauf. Und da wollen wir dann mal sehen, was wir da noch zu bieten haben. Einige saisonale Setups gibt es noch. Vielleicht schauen wir auch dann mal ins Jahr 2017 der Anfänge wegen. Und ansonsten verbleibt mir es jetzt nur noch jeden schönen Handelstag zu wünschen. Ihr Christian Kemmerer, auf bald und tschüss.